Okay, komm, 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 lass rausgehen, lass rausgehen, lass rausgehen, schnell, 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 Blümchen, Anschlag, schnell, nein, warum nicht, warum nicht, geh raus, man, du Lappel, geh doch raus, geh doch raus, du. Hallöchen, meine lieben Zuschauer und willkommen zum nächsten Part von Party Town. Heute ist mal wieder der Sea Factory dabei, da hinten auf seinem schönen Grundstück. Genau, Hallöchen. So, und ich habe ja letztes Mal hier richtig schön viel Erde dran geklatscht und dachte mir, jetzt will ich einfach mal vielleicht mal gleich ein bisschen Nahrung finden gehen, denn ich bin out of food und das ist natürlich auf Dauer extrem schlecht. Ja, ich brauche auch Essen, aber ich habe jetzt Karotten angesetzt, ich habe jetzt Weizen angesetzt. Wie kann ich eigentlich Karotten ansetzen, wo gibt es die? Karotten kannst du entweder bei Grabelfinger holen, nicht was, aber du kannst von mir welche haben, wenn du brauchst. Ja, wenn ich die dann einpflanzen kann irgendwie, dann mache ich das natürlich gerne. Ja, darfst du haben, ich kann dir zwei geben. Okay, und wie, wie, wie pflanze ich die dann an oder wie mache ich das dann, habe ich noch nie gemacht? Einfach, einfach normal wie Weizen. Achso. So wie hier. Okay. Und dann, wie viel, okay, danke schön. Und dann kommen dann irgendwie Karottensamen raus, wenn ich das abernte oder was? Ne, da kommen direkt Karotten raus. Aber wenn ich doch nur zwei Karotten einpflanze, können doch auch nur zwei Karotten rauskommen, das verstehe ich nicht. Manchmal kommen da zwei oder drei bei einem raus, glaube ich, keine Ahnung. Achso, weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. Ja. Was war eigentlich hier das hier, das würde mich mal interessieren, das habe ich mich letztes Mal schon in Aufnahmen gefragt hier. Viel Spaß wünschte Shamcraft, das habe ich gar nicht gecheckt, was war da los? Das ist in der Willkommenskiste, da habe ich Zeug drin bekommen, also da war... Ah, das ist ja nett. Steinzeug drin, was war da noch drin? Rüstung, glaube ich. Keine Ahnung, Essen. Okay. Leute, falls ihr euch wundert, das ist vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen pixelt. Das liegt daran, weil ich nehme jetzt diesmal ganz anders auf und zwar mit Open Broadcaster, eigentlich mit diesem Streaming-Programm. Aber ich habe herausgefunden, also das hat Elo Kayser mir eher gesagt gezeigt, wie ich damit eben auch aufnehmen kann. Und für mich persönlich ist das jetzt, wo ich jetzt mal drei Folgen am Stück aufnehme, einfach praktischer. Weil ich habe direkt alle Aufnahmen zusammen irgendwie und nur 400 MB nimmt das dann weg und das ist halt viel angenehmer für mich. Und ja, deswegen wollte ich das einfach mal testen. Ihr könnt mir ja dann später einfach sagen, was ihr davon haltet. Und wenn es scheiße ist, dann lasse ich es natürlich bei den nächsten Aufnahmen. Aber jetzt müsst ihr erst mal drei Aufnahmen damit leben. Ey, ich finde es scheiße. Und wir sehen gerade, wir haben ja, wer ist denn hier noch drauf? Der German, wer ist das eigentlich, Germanplayer98? Das ist der Lübdk. Lübdk, achso, der Lübdk. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal den Lübdk besuchen. Der Lübdk. Der Lübdk. Lübdk. Wir gehen den Lübdk besuchen. Wir sehen, was er zu unserem Besuch sagt. Und, ähm... Komm, ich brauche jetzt direkt mit, aber ich brauche Essen. Warte mal, ja genau. Ich gucke erstmal, ich glaube, ich bringe ein paar Blümchen mit. Ich erne jetzt mal ganz viele Blümchen. Und die pflanzen wir ihnen dann in so einem richtig schönen Muster dahin. Uh, hol du auch mal Blümchen. Alle Blümchen, die du bei dir auf dem Grundstück hast. Okay, dann nehme ich den mal mit. Ihr guckt da gleich wahrscheinlich wie so ein Auto. So, gelbe Blüme. Okay, nimm Erde mit. Dann können wir sie irgendwie in seinen Keller platzieren oder so. Ja, genau, mache ich. Ich nehme Erde mit und dann platzieren wir ihm Blümchen und Erde in seinem Keller. Problem ist, ich habe aktuell gerade hier keine Erde, aber ich kann mir hier immer so eine Erdelinie abbauen. Ich habe ja genug Erde hier so. Oh, jetzt baue ich mir mein Dach ab. Das ist schlecht. Ah, ich bin bereit. Warte, 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 warte. Geduld, Geduld. Das läuft ja nicht weg. Hoffe ich zumindest, dass es noch kein Laufen gelernt hat. Okay, ich esse jetzt gerade mein letztes gebratenes Hühnchen. Oh nein. Nein. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einigermaßen genug Erde. Zumindest reicht sie. Komm, dann. Warte, 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 warte. Ich habe auch 18 dabei. 18 auch? Okay, ich habe 25. Dann wird das wohl reicht. Ja, das reicht. Gut. Auf geht's. Auf geheime Mission. Ich warte schon beim Eingang. Okay, wo wohnt er überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ganz hinten bei der Insel. Da ist doch, ist da nicht ein Pfeil, Anni. Das ist der Pfeil zum Spawn. Warte auf mich, nicht so schnell. Ja, ja. Da oben fliegt er. Er kommt zu uns. Er fliegt? Wieso fliegt der? Wie kann der fliegen? Hat der schon ein Jetpack? Ja. Oh nein. Okay, schnell zu seinem Grundstück. Nicht hier stehen bleiben. Ja, genau. Einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Da geht es bestimmt, what the hell? Ich glaube, das ist da hinten. Lauf! Ich renne ja schon. Er denkt sich jetzt auch, what the fuck? Er tötet uns. Er tötet uns. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist er hinter uns? Er liegt über uns. Okay, warte mal. Das ist ein Grundstück. Ich weiß es nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Lüppdück. Er glaubt es nicht. Nein, ihr wollt mich drohen. Okay, komm, er geht. Komm, 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 komm. Schnell, jetzt zu seinem Grundstück. Okay, auf ins den Keller. Moment. Schnell, 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 schnell. Ja, aber Moment. Doch, wir kommen wieder raus. Ja, kommen wir? Ja. Okay. Wow, wow, wow. Ist er noch da? Aua, scheiße. Warte, 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 warte. Hier, schnell, 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 schnell. Mach hier ne, Mann. Ich hab schon. Ja, ja, oh, scheiße, ich hab einen doppelt gesetzt. Fuck, fuck, wo sind meine Blümchen, wo sind meine Blümchen? Schnell, schnell, schnell. Und jetzt noch, ich hab da noch Knochenmehl. Okay, okay. Wie so ein Knochenmehl? Ja, dann kann man wie so schöne... Okay, komm, 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 lass rausgehen, lass rausgehen, lass rausgehen. Schnell, 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 schnell. Blümchen. Oh, nein. Anschlag. Scheiße, ich will nicht mehr raus. Nein, warum nicht? Warum nicht? Geh raus, Mann. Du Lappel, geh doch raus. Geh doch raus, du ist so ein Lappen. Guck mal, ich komm auch raus. Stell, weg hier. Lauf. Okay. Lauf. Er kommt wieder. Lauf. Ist das überhaupt sein Grundstück? Warte mal, warte mal, ich mach mal. Ich hoffe. Hast du Kiste gefunden? Das war bestimmt nicht sein Grundstück. Nein, das wär aber scheiße. War das nicht sein Grundstück? Ich hab keine Ahnung. Aber soll ich ja auch nicht angeschrieben. Egal, wem das gehört, ist trotzdem lustig. YOLO. YOLO. Okay. Warte mal, ich frag mal eben. Wo ist dein Grundstück? Wir machen halt da nichts Produktives in der Folge. Nee, nicht so wirklich. Wo ist denn jetzt dein Grundstück? So, er hat mir Meisten gegeben. Zert mal dein Grundstück. Auf der Insel. Auf der Insel. Aaaaaah. Aaaaaah. Aua. Wer war das? Ähm. Okay. Ähm. Ja. Ähm. So, komm, wir gehen dann mal. Können wir noch in den Kontrollen? Nee, komm, wir gehen zurück. Schnell. Schnell auch mal sagen. Okay. Auf unseren Grundstücken können wir uns nichts mehr anfassen. Wir können nichts mehr machen. Aber ich hoffe, der nimmt auch auf. Sonst wär's ja herbe. Langweilig. Muss er ja eigentlich. Er muss, er muss, er muss, er muss, er muss, er muss. Okay, das war der geilste Troll. Schreibt der da, schreibt der da jetzt, schreibt der so, what the fuck? Okay, noch hat er nichts geschrieben. Oh, no. Wir lieben Blümchen, genau. Scheiße, Alter, ich bin so fett am Hungern, Mann. Lass mal, lass mal zusammen, lass mal zusammen auf, alter du Schnorrer, lass mal zusammen auf Tierjagd gehen. Komm mal mit. Ja, 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 ich farm grad Marble. Marble. Seid ihr grad Test oder so? Äh. Äh, nein. Doch, sind wir eigentlich, aber okay. Ja, eigentlich schon, aber. Ja, komm, ich folge dir mal. Okay, folge mir mal in die dunkle Nacht. Oh mein Gott. Das ist trotzdem lustig. Vor allem, wie er erstmal so dahin geht, wirklich, um so nach der Kiste zu gucken am Spawn. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Ich dachte, er bleibt einfach, oh Gott, wo ein bisschen Abgrund. Warum ist der, ey, guck mal, hinten ist doch eine Farm, oder? Alter, ich hab kaum noch Herzen, Mann. Achtung, Spinne hinter dir. Spinne. Spinne. Lauf, lauf, lauf. Warte, ich versuch sie zu töten. Wir sollten eigentlich nicht nachts rumlaufen. Egal. Komm, lass mal gucken, da müssen doch Felder sein. Oder? Normalerweise ist es... Ja, Mann, lass die, lass die abbauen. Ach, haben doch schon welche, haben welche abgebaut, ja, aber schon. Ja, nee, 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 hier ist noch was. Hier ist noch was? Hier ist noch eine Karotte. Ja, ich hab noch eine Karotte. Ja, gibt sie, ja, bitte. Danke. Ich bin nämlich fast... Was bringt eigentlich so eine Karotte? Ähm, zweieinhalb, glaub ich, oder zwei Hungerkoil. Zwei. Okay. Ja, komm. So, warte mal, da oben rechts waren gerade Viecher. Das kann ich mir, glaub ich, ein Bett machen. Da oben, rechts. Da ist Schaf. Müssen eigentlich alle pennen gehen, wenn, äh... Ja, leider. Damit das Tag wird. Ach, dass er wird, oder nicht. Egal, brauch ich trotzdem Schafe. Komm her, du. Hühnchen. Ah, hier sind... Ah, ich hab mein Schwert weggeschmissen. Nein! Was? Nein, ich hab mein Schwert weggeschmissen. Scheiße. Ich komme, ich komme. Nein, ich hab mein Schwert weggeschmissen. Was mach ich da? Ich komme, ich helfe dir. Da ist mein Schwert. Da sind zwei Creeper hinterher. Ja, ich seh's. Einer hat es explodiert. Pass auf. Zombie. Alter, wie viel hält der aus? Nein, mein Schwert ist kaputt gegangen. Ich hab noch ein Eis geschmissen. Verdammt. Oh, noch ein Zombie. Achtung. Oh. Alter. Wir decken den auch in der Nacht. Ja, macht ja nix. Hauptsache Spaß und so. Ja, YOLO. Sind hier nicht eigentlich irgendwelche Leute, die auch irgendwie handeln oder so? Oder gibt's das hier nicht? Ähm, die wurden, glaub ich, schon von Zombies aufgefressen. Oh, ja, ne, auch böses. Oh, Icraft Nano. Wollen wir den auch nicht trollen? Oh, ich glaub, der wär bestimmt nicht so glücklich. Hä, wieso haben die grad ne Karotte gedroppt oder hast du mir die eingeschmissen? Äh, die Zombies droppen das manchmal, aber das ist 80%ige Chance oder so. Geil. 80% ist ja von vielen. 80%? Ne, ich mein jetzt. Hey, warte mal, ich muss auch hier auch hier schreiben. Ich kann noch nix sehen, weil es mittlerweile schon dunkel in meinem Zimmer ist. 80%ige Chance. Ey, guck, 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 wir müssen ihn auch noch irgendwie trollen. Heute ist nämlich so ein bisschen Troll Day. Was ist das denn hier? Ja, aber wie warst du? Ist das ein schwarzes Wasser? Öl? Öl gibt's auch? Ja. What the hell? Ist das wertvoll? Ähm, keine Ahnung, mit dem kann man irgendwie Maschinen antreiben oder so. Achso. Ja. Oh, es geläts. Oha. Okay. Was wollen wir ihn denn mitbringen? Das ist die Frage. Ähm, Schnee. Schnee? Ja, Mann, das wär doch herbelustig. Alles voller Schnee. So Schneebälle oder was? Und den kannst du auch dann zu Blöcken machen, ne? Genau, lass ihn mal ganz viel Schnee mitbringen. Da freut er sich bestimmt. Der freut sich bestimmt auch auf den Winter. Und dann schadet ein bisschen Schnee auf keinen Fall. Nehmen wir ganz viel mit. So. Aua. Oh, sorry. Ich bin gleich tot, ey. Oh, nein, 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 nein. Oh, hier sind ja immer ein Viecher. Alter. Ich glaub, das reicht ein Schnee. Alter. Fuck, ich bin gleich down, Mann. Oh. Ein bisschen noch mitnehmen. Okay, hey, Anna. Rennen wir nach Hause. Warte, warte, warte. Ich muss noch was fressen. Bitte nach Hause. Ja, warte. Ich muss erst mal wieder Herzen dazu bekommen, Mann. So. Alter, das sind noch mehr Skelette, Mann. Uuuuh. Oh. Was ist das hier eigentlich, dieses Orangene? Honig, oder so Bienenstöcke sind das, glaub ich. Bienenstöcke? What the hell? Kann man die abbauen? Ne, leider nicht. Also abbauen schon, aber du bekommst nicht raus. Okay. Du kannst Bienen aber ansetzen. Du kannst sie... Oh, tut mir leid. Ich will mich immer schlafen. Ja, vor allem auch so absichtbar. Absichtlich, ne? Ja. Komm. Du hattest dann schon noch in deiner Aufnahme sehen. Ja, ich pflanze das nochmal hier eben, ähm... Blumen. Nein. Blumen. Und was machst du bei Feed the Beast? Blumen pflanzen. Okay, dann mach Schneeblöcke und dann gib mir das Eingriff's Namen. Wo wohnt der? Ich weiß, wo der wohnt. Ich weiß auch, wo der wohnt. Bei deinem großen Haus, ne? Bin dann auch mal wieder weg, hab nur ein paar Screenshots gemacht. Nein. Bitte nicht. Ah, er ist weg. Verdammt. Egal, komm, machen wir trotzdem, machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem. Schnee. Le. Okay. So. Warte, warte, ich muss auch noch was machen. Und nochmal 8. Ich hab jetzt 24. Ich hab jetzt 7. Naja, besser als nix. Okay, dann auf. Warte, 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 warte. Ich muss erstmal noch die Möhre einsetzen. Das ist jetzt ganz wichtig. Lebenswichtig. Ich kann nicht... Überlebenswichtig. Eine Möhre. Die muss da hinten rein. Dann gibt's nix. Woran sieht man eigentlich, wenn Möhren fertig sind? Äh, wenn sie... Das muss ich erklären. Äh, wenn sie ganz orange sind. Nein. Echt? Richtig orange. Orange. Aber Moment. Alter, ich brauch irgendwas zu fressen, Mann. Ja, ich auch. Lass mal, lass mal hier auf... Ah, wir dürfen hier nicht abbauen. Aber warte noch, warte noch, warte noch auf mich. Wo bist du da? Bei einem Kunststück. Ich hab noch schnell Hühnchen. Du hast noch Hühnchen? Wo hast du die her? Ja, grad gefunden im Wald. So, warte mal. Dann kann ich mal... Ich glaub, ich hab ein paar Samen hier. Vier Stück. Brauch ich mir auch mal da hier so ein... Mach ich mal die ganzen Felder hier um diesen Fluss, den ich hier unten hab, einfach mal ganz rum. Mach ich mal ready. So, ich bin bereit. Warte, 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 warte. Ich gleich auf. Ja.